Das ist er, der Staub- und Waschsauger Twin TT Aqua Filter von Thomas. Er saugt Teppiche und Teppichböden und reinigt gründlich alle glatten Böden. Mit 1600 Watt maximal, einem patentierten Aqua-Zyklon-Filtersystem und einem waschbaren HEPA-Filter ausgerüstet, saugt er kraftvoll alles, ganz ohne Staubbeutel. Hausstaub, Pollen, Milben, Katzen- und Hundehaare werden im Wasser gebunden und gelangen über die Abluft nicht mehr zurück in den Raum. Und alles wird einfach mit dem Schmutzwasser entsorgt. Mit dem Thomas Twin TT Aqua Filter werden Räume spürbar frisch und bleiben länger sauber. Doch das ist nicht alles, denn der Thomas Twin TT Aqua Filter reinigt und trocknet im Handumdrehen gründlich alle glatten Böden. Teppiche, Teppichböden, Polstermöbel und sogar Fenster. Nur mit handwarmen Leitungswasser und etwas Reinigungskonzentrat, das über eine 4 Bar Druckpumpe auf dem Boden aufgesprüht wird, reinigt er stets mit sauberem Wasser, saugt das Schmutzwasser auf und trocknet die gereinigten Flächen in einem Arbeitsgang. In Polster, Teppich und Teppichböden verbleibt nur eine minimale Restfeuchte, die schnell wieder trocknet. Mit dem Thomas Twin TT Aqua Filter wird alles fasertief sauber und spürbar frisch. Und die Farben leuchten wieder. Der Thomas Twin TT Aqua Filter wurde auch ausgezeichnet mit dem Plus X Award für Innovation. Thomas. Die saubere Lösung.